...genommen, will ich dir in Liebe wiedergeben. Und drum, meine süße Hose, meine liebe Hose, sei lustig! Ich kann Sie verstehen. Sie sind jung. Ja, Sie wollen das Leben genießen. Vielleicht waren Sie überfordert. Ich meine, Ihr Mann hat Sie sitzen lassen, und dann hatte sie auch noch so viel gewusst. Los, ich pisse euch an! Mach die Morda auf! Ich, wir fahren nach Bethlehem. Jesus, Bethlehem. Nein, da waren wir da eh schon so oft. Der Heilige Geist, ich hab's. Wir fahren nach Lourdes. Maria springt auf und sagt, Jö, Fein, da war ich noch nie. Hahaha.